Das ist der erste Start, oder mit Grimbel und große Markku. Ich mache das mit dem Hohenfender und Bertha. Ohne Gurt hätte ich da keine Chance. Blöde ist, du kannst den nicht so festhalten. Das ist Blöde, du musst den so halten. Und jetzt musst du unten scharfen, weil du oben kannst du nicht mehr. Jetzt musst du unten schon scharf machen, weil in der Luft, wenn du da gehoben hast, kannst du nicht mehr hin. Kannst du nicht mehr betätigen dann. Doch, aber jetzt ist er, jetzt ist er scharf. Soll er ja wohl und dann muss er her starten. Das ist doch. Das ist doch nicht so. Das war schon. Na gut, hinter die Bäume verliert er die. Ja, das ist aber eigentlich eng. Das ist g'scheit eng, ja. Aber bei den anderen war ich gut. Ja. Aber bei den 10. Ja. 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 Ja.